Ihr wollt also in die USA auswanderen? Macht doch erstmal Urlaub da und schaut euch das Land an. Besucht so viele verschiedene Orte wie nur möglich. Auch mal abseits von Touristengebieten. Es muss ja nicht immer nur Los Angeles oder New York sein. Hier würde ich auch empfehlen, mehrmals Urlaub zu machen und wie gesagt, sich erstmal ein Bild von dem Land zu machen. Vielleicht ist das ja auch alles gar nichts für euch. Wenn ihr euch doch dazu entscheiden solltet, dass das das Land für euch ist, dann würde ich auf jeden Fall erst so einen kleinen Testballon starten, nämlich versuchen hier zu arbeiten. Das geht natürlich nicht ohne Arbeitserlaubnis, aber was hier doch geht, für deutsche Unternehmen hier was zu verkaufen. Sollte das für euch auch geklappt haben, dann schickt doch euren Lebenslauf zu Firmen, für die ihr gerne arbeiten möchtet. Oder zu Deutsch-Amerikanischen Handelskammern. Die können euch da nämlich auch helfen. Solltet ihr so einen Job ergattern, dann lebt doch so erstmal auf einem Arbeitsvisa in den USA, um zu sehen, ob das dann auch wirklich immer noch was für euch ist. Überzeugt euren Arbeitgeber mit guter Arbeit und Loyalität euch eine Greencard zu sponsern. Wenn ihr detaillierte Infos wollt, wie man in die USA auswandert, auch ohne Greencard, dann abonniert mich doch hier und wir sehen uns dann auf meinem Kanal. Und tschüss.